hi leute willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja es regnet und es regnet blödes gewitter keine lust ja bevor ich das video gestartet habe hat es auch noch mal kurz mächtig und deftig gedonnert und ja viele fählen mir das auch noch sehen oder hören da tropft auch schon das wasser von dem haus weiter geht nicht rein müssen scheiß qualität oder ich will zurück zu naja ok scheiß wetter wie schon gesagt eigentlich wollte ich ja noch raus sehen bei diesem wetter bevor es noch nicht regnet hat aber naja schade eigentlich ja wir warten jetzt erstmal bis der erste donner kommt oder so oder auch nicht mir ist so weit schon langweilig so glaubt ihr mir gar nicht Fernseher kann ich nicht gucken internet sucht schon sachen und ja ist mir langweilig ey schreibt mir mal in die kommentare ob euch langweilig ist wenn es draußen immer regnet und dennoch im sommer ich weiß auch nicht wieso ich dieses video mache da ist ihm geblitzt da hat doch netz wenn man jetzt so durch die kamera gucken und das handy so hält dann sieht der himmel eigentlich ganz blau aus aber das ist ja nicht er ist komplett schwarz blödes werde heute und ja mir ist sowas von langweilig aber das habe ich alles schon erwähnt ich war vorhin noch ein kumpel vor dem Gewitter waren wir auch noch von 10 oder so in der bieberburg also in waren waren wir in der badeanstalt ja da waren wir in der badeanstalt dann um 14 Uhr noch was hat es dann angefangen zu gießen sind wir zu ihm und ja das ladekabel ist ganz schön heiß das hier ist ganz schön heiß geworden naja einige denken sich einige denken sich jetzt wahrscheinlich wieso hat er das ladekabel und den Adapter auf dem Fensterbrett auf ja keine Ahnung weiß ich selber nicht ich schweife vom Thema ab waren wir halt beim Kumpel denn hat es aufgehört zu regnen dann hat es nach einer Zeit lang wieder angefangen und ja das ist jetzt das das ist schon heute der das zweite Mal ja das zweite Mal und ja was gibt noch zu erzählen Feuerwehr musste gestern fahren gestern war Überschwemmung und hinten irgendwo und ja tschüss 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 tschüss